ja wir sind hier in stuttgart genauer gesagt auf der intergastra der großen internationalen fachmesse zum ersten mal wieder seit 2020 und genauer gesagt befinden wir uns bei der arena von taste in talk das format wird initiiert von der ahgz der gv praxis und der food service wir diskutieren über spannende branchen themen und trends in sechs verschiedenen talks an drei verschiedene tagen wir haben hier super schönes flair eine ganz gemütliche atmosphäre leckeres food angebot und natürlich auch jede menge verschiedener drinks ja wir wollen natürlich dass die leute hier zusammenkommen dass sie sich austauschen dass sie was zu neuen trends mitnehmen auch vielleicht für ihre betriebe die ein oder andere anregungen mitnehmen können so 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 so